Richte deine staunenden, ähm, Kameras hier rauf. Wie jetzt? Das soll meiner Satz sein? Das ist ein Toaster. Das, meine Liebe, ist ein T-119A-Röstorechner. Und zwar der beste seiner Art. Guten Morgen, Chair. Guten Morgen, T-119A. Das war so geplant. Und weiter, sieh und staune, der GZU-31-Super, der Giftswerk GmbH. Mit wassergekühlter Mobilprozessoreinheit. Eine atemberaubende Kombination aus purer Kraft und technischer Raffinesse. Oh ja, ein unentbehrlicher Helfer. Und nun, Karen, kommen wir zu einem wahren Prachtstück. Ist das nicht ein unvergleichlich prächtiges Stück Ingenieurskunst? Sieht irgendwie aus wie ein alter Föhn, den man hinten an eine Miniaturwindmühle geklebt hat. Ich verstehe schon, dass jemand mit einem so beschränkten technologischen Verständnis wie du sowas denkt. Aber in Wirklichkeit hast du es zu tun mit einem... Oh. Okay. Krabs, ich möchte dich sehen. Okay, Junki, tu da raus, ja? Äh, hallo, was? Wollen Sie denn, Roboter-Dingenskirchen? Na du, Plankton, was machst du denn hier? Ich bin wegen der Geheimformel hier, du gelber Depp. Ich will, dass du dort hineingehst und Krabs unmissverständlich klarmachst, dass er mir entweder die Formel aushändigt oder aber Opfer einer Plattmachaktion wird. Durchgeführt von... Verstehst du, was ich sage? Schwachschwamm. Gut, dann mal für Anfänger und Blöde. Krabs mir geben Geheimformel für Krabbenburger oder ich mache großes Bum-Bum kaputt auf große Krabbe. Krabbe, kapiert? Krabs mir geben Geheimformel für Krabbenburger oder wie war das andere noch? Ach, vergiss es! Jetzt kommt Bum-Bum kaputt! Die Fechtsstation bemann! Der Feind ist im Anmarsch! Wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren! Verstanden! Verloren, 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 verloren! Wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren! Verstanden! Ja-ha-ha-ha-ha-ha! Hey, was ist denn jetzt los? Verflucht seist du grausames Schicksal! Einmal mehr lässt du mich sitzen im schmierigen Schmodder meiner eigenen Torheit! Frage ist mir... Nur dieses Mal... Ja-ha-ha! Bin ich ganz allein! Oh-ha-ha-ha! »Ha-ha-ha!« Einer. Hörst du jetzt? Garen. Kommst du wirklich... mir zurück. Eigentlich wollte ich nur meine Tastatur holen. Oh, ich wusste, du würdest mich nicht im Stich lassen. Ja, lass mich raten, du hast wieder mal versagt. Was soll ich sagen, diese unzuverlässigen Maschinen heutzutage? Hör mal, Schatz, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. In Wirklichkeit könnte ich dich niemals ersetzen, Schnuckiputzi. Lass uns nach Hause gehen. Hm? Okay. Ich könnte uns einen Abendessen zaubern, was meinst du? Soll ich dich endgültig verlassen? Oh, wir gehen aus. Zum Beispiel.